So, das ist hier heute ein ganz besonderes Video und zwar werde ich euch heute mal hinter die Kulissen mitnehmen von unserer Apotheke, weil große neue Runden werfen schon ihren Schatten voraus und ja, hier wird sich einiges verändern in der Apotheke und da möchte ich euch doch mitnehmen und euch zeigen, wie es vorher und nachher dann aussieht. Also, los geht's! So, los geht's! Das ist Panzerglas! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Ja! Ich würde sagen, dass gerade die Autoskategorien hier unten kommen! Musik Musik Die größten Umbauarbeiten sind jetzt tatsächlich schon über eine Woche her und ich bin so unfassbar stolz, was hier passiert ist mit im Endeffekt echt wenig Aufwand und es ist so schön geworden, dass ich euch das unbedingt zeigen möchte. Ja, ich freue mich, wenn ich euch jetzt mitnehmen kann auf eine kleine Rundtour in meiner sich wirklich ganz neu anfühlenden Apotheke. Musik 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 Ja, komm gerne vorbei. Wenn ich an meinem neuen Arbeitsplatz sitze, dann sprich mich einfach ruhig an, wenn du eine Beratung haben möchtest, wenn du vielleicht eine spezielle Frage hast und ich freue mich auf deinen Besuch und bis demnächst. Herzlichst, deine Ann-Kathrin.